So, bitte. Dann wäre es sogar 10 Euro wert, wenn er den Teig pumpen will. Licht! Licht! Oh, krass! Lass mich auch mal da. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Geht nicht an den Teig, geht weiter weg nach rechts. Dann macht es trotzdem. Das ist jetzt ein Licht hier. Oh, yeah! Nachbier, bei dir würde ich mal wieder mitfliegen. Wenn ich nicht will. Wenn er mal so hochkommen wäre. Oh, nein, nein, nein! Warum hast du mich abschmieren lassen? Warum hast du mich nicht? Bei Maurice ist es auch 5-6 Minuten, sonst ist es leider böse. Wenn er nicht nur anders ist, ist es nicht ganz vorbei. Oh, er gewinnt höher! Oh, das ist angst! Oh, das rammt einer neben anderen Päppeln! Oh, das rammt einer neben anderen Päppeln! Oh, das rammt einer neben anderen Päppeln! Ich zeig nicht! Ich schau jetzt! Hier ist es nur nach vorne und nach hinten. Hier muss ich das noch nach hinten. Und ganz hoch werden, wieder hoch. Ab und da, ich komm, Puppa! Fliege, fliege, mein kleiner Bubi! Ich sag ja, wer hochfliegt, der schiebt. So, ich bin normal, gut geklappt. Ja, gut, war eine gute Landung, muss ich sagen. So, jetzt kommt der Liebling, Teil 2. So wie bei YouTube-Videos, wo er an der Wand gelandet ist. Ja, das war ein guter Flug. Ja, aber der hält viel aus, ne? Ja, ja, kann gar nicht ausgehen. Ruhig, ruhig! Ich will leichter weiter, mein Abschluss! Nicht so hoch, Junge, nicht so hoch! Oh Gott, ist mir schlecht. Liebens ab! Wie lange? Warte mal, wachen heute! Scheiße! Das war auch kein Geld. Mal wachen! Guck mal, das ist ein schlechter Kopf schon! Scheiße! Was ist das für mein Konrad oder was? Ja, ne, ne, ne! Das war doch ne Landung! Komm, lad dir doch mal auf, dann wird Lust für jemanden noch! Ich wohne auf so'n Ding! Ey, wenn du den Link hast, wenn du ihn geschickt hast, er schickt den zu mir! Ich will deine eigene Fü- Ich will deine eigene Fü-